Hallo, ich wollte jetzt eigentlich eine besondere Grüße einstellen, aber mir fällt gerade nicht sein. Willkommen zu Roblox, einem Spiel, was ich darüber zwei Videos gemacht habe. Das kennt mal der eine oder andere und ja, wir sehen uns dann gleich in fünf Minuten, weil ich muss doch kurz das erledigen und so. So, bin jetzt endlich fertig, hier, so, play, ich will mal diese epischen Desaster überlegen. Nimmt einen Löffel, holt sich einen Löffel aus der Nutella raus und isst es. Wollte ich so episch, aber egal. Nüßell ist immer lecker, egal mit was man's isst. Okay, es sieht so dumm aus, wenn ich nur einen Poots habe. Gerse, the sun is dying, wenn die Sonne stirbt. Egal. Oh nein. Das ist nicht gut. Lavawelle, Lavawelle. Lavawelle. Da. Mein Gott. Soll ich das überleben? Soll ich das Haus wegreißen oder so? Nein. Kann ich mir diese Musik ausmachen oder so? Ich liebe die musik. Ta-da-da-da. Genau, was will ich haben. Die epische musik. Lavawe ist immer noch nicht weg oder so? Keine Ahnung. ok ich bin ja ich muss auf platz 1 sein aber ich bin ja platz 1 bin für die vergessen alien in version ok so wie soll ich jetzt anfangen und rechts mein gott zu viel aufnahme ich hasse mal in select der film von mir oh mein gott viele aliens sind es also sieben von neuen spieler haben überlebt ich muss jetzt gerade epische musik anmachen schwarzloch 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 haus weg dieses witte haus von schwarzen noch mitgerissen wenn ich auf dem haus bleibe wird ich auch mitgerissen also deshalb lieber nicht oh mein gott wie groß ist das schwarze loch schon und jetzt als ich es nicht machen kann ist jetzt hier die lexen und hier noch mal ein stück nutella nehmen das gehört dieses ja hat man bestimmt aber mein gott wie groß ist das in einem bestimmten wink hat man es gesehen oh mein gott ich sehe gerade sie ist gerade vor mir ist so riesig also je mehr ist frisst desto größer wird ist gruselig we didn't start the fire we didn't start the fire as I return and just the night burning wieso spielt jetzt hier keine musik mehr es gibt so viele epische deserster sogar pikachu haben sie gedacht das ist der meteor glaube ich ja das ist der flut das ist das lightning storm das sind die explodierende enden das sind die erneuungen oranges oh mein gott die sind so erneu das ist keine ahnung also hat aber sie sind halt epische desaster ne sagt man es ja immer epische aber ein paar desaster die machen halt kinsen wie an neu ein neuerungen oranges die gibt es nicht mal jeder umstehen einer farbe wenn alle auf einer farbe stehen wirst du sterben ok ich fliege in der luft das ist jetzt geil das war jetzt wenn wir jetzt runter kommen ok schreibt ja ich bin schon also jetzt müssen wir noch den shop open nennen ha ha der jeden blau ist gestorben sie geht nichts nein ich kann nicht nein ist der shop reagiert nicht das ist jetzt gerade richtig scheiße das shop jetzt nicht reagiert das ist jetzt richtig scheiße das ist jetzt richtig scheiße jetzt können wir noch eins machen warten jetzt einmal der shop gilt also 12 und 20 30 40 50 60 fertig geladen das war ich das gravity cool speed cool regeneration oh mein gott das sind die bösen nario bälle höchst so ich hätte das reading start feiern machen da wir sind nicht angehen Simon Says Oh, ich hasse das, das ist Simon Says Das ist richtig scheiße Simon sagt Tö, okay Ich glaube, ich seid jetzt einfach, wenn er jetzt da steht, muss ich einen Schädel nehmen Oder Cheeseburger Cheeseburger Hä? Ich hab doch Cheeseburger gedrückt Oh mein Gott, ich hasse Simon Says Ich hasse das einfach über alles Wie soll ich jetzt da oben im Dach Ähm, hochkommen Okay, ich hätte immer so ne Idee Es gibt hier kleine Löcher, vielleicht kann ich hier durch Nee, das geht nicht Und wie komme ich denn da hoch? Ich glaube, man muss nur ein bisschen schlau dafür sein So Nein, das geht nicht Du kannst hier hochjumpen und dann noch irgendwie so in die Runde machen Das ist schade Ah Okay, aber vielleicht gibt's ja hier Nein Nein Das ist so wies Pac-Man Geil Pac-Man Ja, isser uns alle auf Pac-Man Kriegst Kriegst uns eh nicht hier Ja, er kriegt uns hier nicht, ne Haha Ich werde jetzt ewig hier rumstehen und warten, bis Pac-Man nicht auffrisst, obwohl er es nicht kann Ein Pac-Man, der mich nicht aufessen kann Aber dafür kann ich die Nutella essen Entschuldigung, wenn ich jetzt hier ein bisschen Hier ein bisschen jetzt mit Nutella angebe Weil es gibt ja, muss ich mir die hier fasten und so Und so Tut mir jetzt ehrlich jetzt leid Ja Ich werde den Titel schreiben Wenn ihr fastet, nicht anklicken Ja, genau So So Das ist das Achso, ist diese Map Weißt du, er geht auf diesen Dach hoch Weil da kann das Haus ja nicht kaputt gehen So So 3 2 1 Oh nein Sag mir jetzt nicht, dass das dran ist Oh nein Ich hasse das über alles Ich hasse dieses Ding über alles Ah Ah Ja, lass Immer Weißt du, das, was ich immer mache, ist schlau, aber ich bin nicht schnell genug Bin ich nicht Ah Ui, ist das euer Ernst? Äh Ich laufe vor der Wange weg Nein, es ist hoffnungslos Sterben Wieso geht dieser Speedcoil nicht? Ach egal So Also dieses Loch in der Wand Ding Nein Nein, Acht, okay, ja Mensch, man könnte den Karten überspringen 3 2 Also los jetzt Der Mond fällt Wieso sollte das kommen? Es gibt keinen Sinn, der Mond Ganz im Gegenteil Der Mond bewegt sich von der Erde voll, als wenn er von der Erde fällt Und das macht mir sogar ein bisschen Angst Okay, wo und wo bist du? Okay, da hinten bist du, wie kannst du denn fallen? Nicht überall weit und breit keinen Mond sehe, sondern nur dich Hä? Was passiert? Ist der Mond schon gefallen? Ist der Mond schon gefallen? Ähm, der steht immer noch da oben Und man könnte nichts sehen Der Mond fällt 5 5 5 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 4 2 3 4 4 5 5 5 5 7 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 15 16